Kontakt auf dem Platz Neutralisiert Oh, ich würde wieder rumgehen So versteckt wird es ja wieder nicht sein, oder? Ja Wird wieder so sein Können wir glaube ich nichts gegen tun Oh, ich hab Kontakt, Moment Mach du Arsch! Nein! Wir sind in die Novo Das war knapp Was? Ja Der stand direkt hinter der Ecke, wo Andy dran stand Ach da! Was ist denn das da hinten? GMP Okay Wollen wir den nehmen? Nein Schade Oh, hier ist ne Karte Der versucht zählt Kontakt Ich glaube ich hab ihn Oh, das ist ein Sanibiri Oh, das ist tot Der ist ein Sanibel NEGATIV Ja, wir bei der Busseite Stelle Da liegt ne Leiche Tote? Ne tote Leiche Hm, ah ja, 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 ich glaub das war ich Anscheinend ja Dann müsste hier irgendwo den anderen BMPs stehen Ze musen jednoho Grätsch 1 heißt doch aufs tschechisch irgendwas mit Sailor Moon Find ich denn hier noch Ja, nicht ganz, aber so ein bisschen Ja, das wird hier Kontakt, da geht einer zwischen uns durch, kommt gleich wahrscheinlich bei euch auf die Straße, aus Norden, bei Ausrichtung Osten. Spontan würde ich sagen ja, aber spontan würde ich jetzt auch sagen nein. Jetzt habe ich ihn, der hat ordentlich was kassiert. Wo seid ihr jetzt wieder lang gegangen? Ach da, schon gut. Kontakt, rechts von uns, an der Bushaltestelle an der kleinen da. Aua. Ich fliege. Oh Gott, wenn ich jetzt respawn einsebe, bin ich doch ewig weit weg. Nein, nein, du bleibst da liegen, wir flicken nicht gleich zusammen. Könnt ihr mir kurz irgendwie... Flugkurs rausgetappt, sag Bescheid, wenn ihr mich wieder aufkratzt. Ich bin schon bei ihm. Ja okay, ich geb besser Deckung, ich geb besser Deckung. Ich hab mir Argumente zur Deckung geben. Wir können mehr... ... ... ... ... ... Oh, die Büsche sind gerade aus Lego Habe ich wieder Das ist er Ist das im Haus? Ja, aber ich habe gerade noch einen anderen Kontakt links gesehen Da ist er Ja, den habe ich auch 31 Schuss Ich dachte gerade, irgendwer steht links neben mir und hat nachgeladen Das ist ja so, wenn ihr nachledig mich dreht, höre ich das in eine andere Richtung Ne, ich habe Ja, hier die, aber hier sehen wir, ob da nie mehr sie ist Mit Skyrim gewohnt, ich will einfach Tab drücken um aus dem Menü raus zu kommen Hey Keine Antwort Wir sprinten direkt hinter dir, um dir keine Deckung zu geben Habe ich dich doch nicht enttäuscht Bäh Das ist gerade sehr passend Wir gehen gerade hier in dieser Mülltonne vorbei und gerade weht von draußen durchs offene Fenster der Geruch von den Mülltonnen unten hoch Aha Geruchsfernsehen Geruchsfernsehen Ja, wir machen hier Druck Komm, komm in meinen Arme Ja, wir machen hier Druck Wenn du mir zu schnell los, schieße ich den einen, dann kann ich wieder überholen Geht bei Deckung, geht bei Deckung, geht bei Deckung Achso was tut Jaja Ja, das ist von meinen Googlen abgeprallt Ist dich los? Ja Da sind auch zwei noch oben auf dem Berg Hühner, Öhan, feindliche Öhan Ja, warum ist alles voll? Ja, ich schreit auch, ob ich nicht... Achtung, Achtung, nicht mehr, nicht Schussfeld laufen! Jetzt hat das K-Palma! Bühner! Gib die drei oder vier Mann um aufm Berg! Und hab' ich aufgehört mitzuzählen! Das der... das der UAZ! Ja! Ich weiß... Okay, Anti-Aliasing! Rechts läuft einer hoch im Wald hinter dem roten Haus! Jemand, ob ich ihn habe? Äh... Wie meinst du nach rechts? Dein Zug! Achso! Äh... Soweit ich weiß... Ich hab' da jetzt... Da liegt nur ein Toter! Komm mal nach! Müssen wir jetzt mit dem Ding hier wegfahren? Erstmal sichieren wir die Straße! Und bei der Bushaltestelle! Seitdem es sinnvoll ist! Also ich bin hier, um den Takt zu sichern! Oh ja! Oh ja! Zum Gas, Semmer! Oh, ich hab' ihn gerade fast! Schön! Gar nicht! Ich hab' erst einen kaputt gemacht! Tja! Nur die Garten kommen in den Garten! Hm... Ich hab' nur... Ich glaub' ich muss einfach nur... In den nächsten müssen wir rein! Das ist korrekt! Ja, aber da schleichen... Ja, aber da schleichen... Ja, aber da schleichen... Schleichen welche durchs Feld? Da hab' ich einen erwischt, aber... Wo muss ich denn jetzt hin? Garantiere für nichts... Soweit bin ich noch nicht! Da oben ist der nächste! Garfield, wo bist du? Garfield, wo bist du? Bist du recht? Fangen aus, vorbei! Bist die Metro! Äh... Ah ja, ich seh's! Ist okay! Mit? Nein, in der Tat ist das nicht so! Nein, in der Tat ist das nicht so! Mehr Deckung an, nee! Will ich hinterherkommen? Noch nicht! Ich... Bin nicht! Anna ist abspenstig! Kannst ja irgendwo sein! Der kam von den Kühen da hier runter! Ah, ich hab ein BMP gefunden! Ach, ich hab'n BMP gefunden! Ich hab's im BMP gefunden! Ich hab'n BMP gefunden! Da ist'n BMP! Ah, warte, lass mir erst mal Na, jetzt seh ich nichts Lass mir erst mal den dahinterm BMP erschießen Yes Yes, well Verlierer müssen hinten sitzen Nur der Gewinner sitzt hinten Na gut, dass ich den noch ausgeschaltet habe Das sind nur Liebesbezeugungen So schön, blauer Himmel Aber diesmal überfahren wir ihn in dem Camp Enttäusch mich nicht Dann schießen die eigentlich nicht auf uns, wenn wir mit dem EOSC ankommen Mit dem Feindlichen Wir fragen wenigstens nach Halt's voll auf die zu Halt's voll auf die zu Na, verdammt Der nimmt den Schrift weg Der nimmt den Schrift weg